Zuhause erzählte mir mein Vater immer eine Geschichte. Diese Geschichte heißt Sintbad der Seefahrer. Wir flohen über den Pass. Die Richtung. Schau nicht zurück. Warum nicht? Damit das nicht eine letzte Erinnerung bleibt. Die Richtung. Schicke Wand geht's. Ne? Hat er gern geschenkt? Noch nicht. Aber bald. Ich bin frei. 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 Ich bin frei.